Herzlich Willkommen zum Gaming-Prinse Silvester Special und jetzt geht das Feuerwerk los. Es gibt Feuerwerk in der Stadt, es ist Silvester und es leckt. Es leckt wie sonst was, anscheinend ist mir ein kleiner Fehler passiert, egal wir fliegen einfach mal über die Stadt und man merkt teilweise geht das Feuerwerk auch hoch. Ja, also wird ein bisschen übertrieben, oder? Warum? Ich meine, in der Stadt wird auch ordentlich geballert. Und das sieht man auch jetzt, es wird die komplette Stadt wird abgeballert. Ich mach gerade noch mal was, weil mir etwas aufgefallen ist. Eigentlich ist das jetzt nicht Ziel des Silvester Specials aber egal. So, jetzt geht nämlich hier hinten auf. So lange man auch auf der Aufnahme das ganze Feuerwerk sieht es wohl. Ja. So, hier geht es noch nicht an. Boah, der Markt ballert es aber da hinten richtig harte Rummel. Im Hintergrund sehe ich immer so die hochfliegenden Raketen, die richtig hoch fliegen. So. Äh, da machen wir ja mit. Jetzt funktioniert noch das Rathaus ordentlich. Am Rathaus wird nämlich auch ordentlich geballert. Ich kann dir auch sagen, warum es am Rathaus so heftig knallt. Äh, warum denn? Weil da vier Werfer auf einmal sind und zwei Blöcke lehend dran ist noch einer. Ja, das ist der Mittelpunkt der Stadt. Ich glaube, ich habe echt den besten Ort gefunden um da zuzuschauen. Auf diesem Baum sieht man so die ganze Stadt das Feuerwerk. Aber langsam gehen die Werfer, glaube ich, schon leer. Ja, das ist jetzt nicht verwunderlich. Auf jeden Fall, in der Stadt ist Feuerwerk. Es ist Silvester. Und ja, wenn ihr das seht, ist heute Silvester. Wenn wir das machen, ist es morgen Silvester. Auf jeden Fall. Ja, ich habe gerade Silvester. Wir haben gerade den 30. Dezember. Ja, ihr werdet das aber morgen dann am 31. sehen. Auf jeden Fall, auch wie in echt, wird ordentlich geballert. Da explodieren Raketen teilweise über den Wolken. Das sieht so geil aus. Ich habe noch eine krasse Stelle gefunden. Überm Rathaus. Überm Rathaus? Ja, da komme ich im Survival nicht hin. Ja, aber da, also hinterm Rathaus explodiert dermaßen viel. Und ihr seht, es klappt so gut wie möglich. Und selbst das Rathaus leuchtet. Und ja, wir werden ja sehen, wenn das Feuerwerk dann irgendwann leer ist. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt schon mal ein frohes neues Jahr 2019. Und hoffen wir, dass es 2019 genauso weiter geht wie 2018. Nur vielleicht noch etwas besser. Ey, die armen Phantome. Ich sehe die ganze Zeit, wie Phantome vom Feuerwerk abgeschossen werden. Alter, das ist so geil. Da ist so ein Phantome. Ich die Luft. Ja, wo konnte es mit drin? Es war immer vom Feuerwerk getroffen und fliegt schon an. Ja. Ich weiß nicht, ob man es eben gehört hat, aber Nick King hat gerade darüber berichtet, dass die Phantome, die über unserer Welt rumfliegen, die kommen halt, wenn man zwei Nächte nicht schläft und im Überlebensmodus ist, dass sie die ganze Zeit von Feuerwerk abgeschossen werden. Ja. Das ist so lustig, ja. Ist eigentlich schon eins gestorben? Durch das Feuerwerk? Ja. Ich glaube schon. Jedenfalls konnte es mich nicht mal angreifen, weil bevor es mich angreifen konnte, wurde es schon von einer Rakete abgeschossen. Ich sehe nicht mal welche. Ich gehe mal zu dir. Ich sehe jetzt auch keine mehr. Aber das eine ist, glaube ich, gestorben. Aber ich bin im Survival. Ich frage mich, wann wieder ein Tons verzogen kommt. Sie sind ja alle gestorben. Ich sehe auch keins mehr, wenn ich ehrlich bin. Gut, es kann vielleicht sein, dass sie schon bevor die überhaupt in Sichtweite kommen, durch das Feuerwerk abgeschossen werden. Ja. Könnte man immer machen. Wenn sich der Server mal dran gewöhnt hat, dann ja. Wenn der Server sich erst mal dran gewöhnt hat, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, finde ich. Mit den Legs. Also am Anfang hat es ja wirklich extrem gelegt. Ich bin mal gespannt, wie lange das Feuerwerk noch läuft. Ob das jetzt länger läuft als die Nacht. Aber hier ist halt auch richtig krass. Fünf Schwerfer nebeneinander. Ich sehe mich gar nicht. Ich bin über meinem Haus quasi. Oh, ich sehe dich nicht. Ich bin ja auch auf dem Baum hier und da sehe ich dein Haus nicht. Boah, jetzt wird es lustig. Ich habe meine Sichtweite nach oben gestellt. Jetzt sieht man auch mal die ganze Stadt. Er legt das nicht ein bisschen, wenn deine Sichtweite nach oben ist. Es hält sich tatsächlich in Grenzen. Aber man hat zumindest von hier die gesamte Stadt im Blick. Das sieht schon echt heftig aus. Oh, hier ist neben mir eine richtig fette Rakete explodiert. Ich habe mal die Idee. Ich gehe mal auf den Aussichtsturm. Wie macht das? Oh, hier wird auch kräftig geballert. Ich muss mal durch die Stadt laufen jetzt. Ich hocke die ganze Zeit auf dem Baum. Oh, da ist ein Zombie. Oh, ich kann ihn kaum töten, weil es so lag. Aber er mich ja auch nicht. Durch die Stadt laufen war ne schlechte Idee. Ich lag die ganze Zeit. Wieso? Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Jetzt sieht man auch die Raketen, die echt passen. Direkt überm Boden. Der ein oder andere Werfer ist halt tatsächlich schon leer. Ja, das kommt langsam geht weg raus. Naja, aber da wo wirklich komplett 9x9 Stacks drin waren, da ist jetzt noch lange Rambazamba. Das geht jetzt noch die nächsten Stunden so, gefühlt. Wo bist du gerade? Äh, ab dem Museum. Legge ich rum. Ah, ich bin am Schwimmbad. Da ist ne Spinne. Ah, ich seh dich. Oh, da ist ja wirklich reichlich Feuerwerk drin. Ey, du wirst von dem Skelett abgeschossen. Bei mir läuft gerade alles relativ flüssig. Bei mir nicht. Ja gut, bei mir leckt es manchmal auch. Ich versuche mich gerade in diese Schussbahn zu stellen, das Skelett ist verwirrt. Ich verstehe. Na ja, wenn ein Skelett in einer Stadt spawnt, wo so richtig viel Feuerwerk gerade in die Luft geht, wäre ich auch. Ach, hier hat ein Skelett, ne? So sieht man ein Skelett wohl auch nicht alle Tage. Oh, jetzt bin ich hier beim Schwimmbad. Mal schauen, ob ich ne Stadtrund verschaffe. Also wenn man nach oben schaut, legt es. Okay, der Bogen ist zu verleckt. Damit kann ich kein Skelett, äh, kein, äh, nichts mehr töten. Der legt verloren, der Bogen. Dann lieber, dann lieber nahe kommen mit dem Zombie. Ich bin jetzt gleich am Marktplatz. Ach, Hilfe leckt das teilweise extrem. Oh, jetzt gehen wirklich schon einige Werfer, Leon. Andere sind noch relativ voll. 37, 41, 54, 48, 41, 39, 38, 39, 43. Was ist? Einiges seien gar nicht zu funktionieren. Ich stehe hier gerade an dem Werfer, da ist noch was drin und da kommt gar nichts raus. Oh. Na ja, egal. Wo bist du denn? Ich nehm auch noch Feuerwerk in die Hand. Wo bist du? Ähm, bei der Stadtmine. Ah. Und der direkt vor der Stadtmine, der funktioniert nicht. Ich guck mal, vielleicht hab ich da tatsächlich eines der wenigen vergessen. Drin ist auf jeden Fall was, ich hab mir ein bisschen was rausgenommen, das stimmt schon aber. Ich bin ja gleich da. Ich bin da jetzt nicht mehr, aber du weißt ja direkt vor der Stadtmine. Ja. Der an der Kreuzung oder was? Ja, da ist sogar ein ähm. Ja, da ab dem Foto grad stehst. Da ist was da drin. Und wie du siehst, kommt nichts drauf. Und wie du siehst, kommt nichts drauf. Und wie du siehst, kommt nichts drauf. Es ist jetzt schon wirklich deutlich weniger geworden. Man sieht doch überall immer eine Rakete, ähm, hochgehen, aber nicht mehr so oft. Hier ist auch einer, ist da nichts drin oder ist... Ja, ich glaub, du hast die ganze Reihe hier vergessen. Hier ist auch was drin und kommt nix raus. Ich glaub, die Straße hier entlang hast du vergessen. So, ich kann ja mal auf Fehlersuche gehen. Okay, hier ist nix mehr drin. Ähm, hier hinten ist wohl nirgends mehr was drin oder was, so wie ich das sehe. Ja. Im Euroviertel sind alle Werfer leer. Ja. Oh, hier war noch ein Spender, Michael. Oh. Ich dachte, du hättest mir alle raus getan. Boah, hier liegt jetzt aber viel Feuer weg rum. Ich hab dir gesagt, da ist noch ein Spender. Das hab ich nicht gesehen, sorry. Achso, das ist ja immer noch an. Äh, macht keinen Sinn, das wieder da rein zu tun. Dann mach ich das lieber wieder in den Werfer rein. Ah, ich hab ne Vermutung, woran es scheitert. Ja. Oh. Oh. Oh, ja. Tja, dann bin ich jetzt bei meinem Haus. Wenn ich hier überhaupt wieder rauskomme durch die Lecks. Ich hab das Problem gefunden. Ich hab das Problem gefunden. Jetzt dürfte es gleich nochmal reichlich Feuerwerk geben. War das eine große Ecke hinten, die kein Feuerwerk hatte? Ja, schon. Jetzt. Oh, scheiße, vor meinem Haus ist nur ein Loch. Oh. Äh. Einfach zu machen. Ey, ich hab keine Blöcke dafür. Okay. Gut, dann mach ich schnell. Das... Lade mich genau vor deinem Haus bei der Übeltäter. Oh, ja. Ich seh schon, wie... Was wird das? Drei Skelette und ein Zombie sind aktuell hinter dir her. Ja. Vorher hat mich ein Creeper getötet. Ich glaub, demnächst geht die erste Sorte leer. Bei einem Spender. Bei einem Spender. Ja. Nein, kümmere jetzt noch einen Nachrichten. Drei The, Ändra Und cripipe den Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir schauen mal weiter, was es noch so gibt. Ja, es wird tatsächlich schon wieder morgen. Schalt doch das Feuerwerk jetzt aus, oder ist es morgen? Naja, ich lasse es noch durchballern. Es kommt halt drauf an, wie viel wo noch drin ist. Ich würde es ausmachen, weil an manchen sind ja noch Druckplatten dran, da haben wir noch länger ein bisschen Spaß mit dem Druckplatten. Ich mach's aus, wenn die Lampen ausgehen. Ich bin ja auch schon da auf dem Weg dahin. Ich bin ja auch schon da auf dem Weg dahin. Ja, ich warte jetzt gerade noch bis der Spender hier leer ist, da ist nicht mehr so viel drin. Und dann mach ich's Feuerwerk aus. Ja, das wolltest du abwarten, bis die Lampen aussehen. Ich weiß, aber da sind, äh, hier sind noch sieben Sachen drin und sechs davon sind einstellig. Also die Anzahl vom Feuerwerk. Oh. Das hat mich aber nicht mehr durchgemacht. Äh. Ich bedenke, dass das passiert. Hat er auch nicht. Ja. Untertitelung.